So, wir haben jetzt hier die Tosh Pyro 4, keine Ahnung was das ist und ja das ist von David, den kennt ihr jetzt vom Müll-O-Feierwerk von David, wo er dann mal eine Attacke war. Mein Camcorder hat gelitten. Funktioniert der noch? Schöne Goldblau würde ich mal behaupten, aber ja der Fächer war nicht ganz optimal. Das war schon mal, ne?